Hey, ciao zusammen, ich bin der Robin und bei mir reden wir über Hochzeiten. Als allererstes mal herzlich willkommen zu der allerersten Folge «Ich will den Hochzeitspodcast mit Robin». In dieser allerersten Folge werde ich dir natürlich zeigen, was dich erwartet in diesem Podcast, was auf dich zukommt, warum ich einen Hochzeitspodcast launche und vielleicht, wenn du nochmal geschlossen am Schluss, ein paar Worte zu mir, dass du auch weisst, mit wem du das hier zu tun hast oder wem du da zuhörst. Ja, ich würde sagen, wir beginnen gerade an, oder? Ja, wie angekündigt geht es bei diesem Podcast um Hochzeiten und er richtet sich an Brautbärchen oder frisch Verlobte, die jetzt gerade in der Planung sind von der Hochzeit und noch nicht genau wissen, in welche Richtung es geht. Seit nämlich über zehn Jahren darf ich Hochzeiten mit meiner Kamera begleiten und jetzt weisst du auch, was ich von Beruf bin. In den letzten zehn Jahren durfte ich natürlich x verschiedene wunderschöne Geschichten miterleben. Von bescheidenen kleinen Hochzeiten mit irgendwie 20 Personen in einer Kapelle mit den engsten Verwandten bis wirklich zu den grossen 150, 200, 300 glattnigen Gästpartys irgendwo im Ausland. Natürlich auch andere Kulturen kennenlernen dürfen wie indische Hochzeiten, die halt ein bisschen anders feiern als wir. Aber jetzt genau, warum ein Hochzeitspodcast? Hey, weil in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, wie wichtig so ein Hochzeitsdienstleister ist an einer Hochzeit. Es entscheidet manchmal wirklich, ob deine Hochzeit top oder flop ist. Und gerade bei so einem, ich sage jetzt mal, gesättigten Merkt voller Hochzeitsdienstleister, dort einen Überblick zu haben oder einen Durchblick zu haben oder auch die Vorstellung von einem gesunden Preis-Leistungs-Verhältnis, was kostet etwas und was darf ich auch erwarten von diesem Dienstleister, finde ich auch sehr undurchsichtig. Und genau das will ich dir auch ein bisschen erläutern. Für mich als Hochzeitsfotograf ist nach all diesen Jahren das immer noch eine grosse Ehre, immer noch ein schöner Vertrauensbeweis, wenn ich in meiner Kamera den wichtigen, grossen und ich sage jetzt mal doch auch nicht ganz günstigen Tag begleiten und festhalten darf. Und gerade als Hochzeitsfotograf ist mir sehr nahe ich beim Brautpaar. Das heisst, ich bin ein Jahr, zwei Jahre vorher schon in Kontakt mit ihm, unter Umständen schon mal die Location anschauen und sagen, hey, schau, da könnten wir Gruppenbilder machen. Oder ihr habt da vielleicht nicht so viel Zeit gerade, dann machen wir sie doch eher daten. So kleine Steps, wo ich einfach weiss, das reicht vom Zeitmanagement nicht oder das reicht, gebe ich ihnen schon sehr früh mit. Dann bin ich natürlich am grossen Fest auch mit dabei, aber natürlich schon viel früher als die meisten anderen, weil ich bin getting ready am Morgen schon dabei, wo noch alle umgeschminkt sind oder noch halbwegs angelegt. Und wir machen dort schon Bilder, ich bin dort bei ihnen zu Hause und natürlich in der Regel eigentlich auch den ganzen Tag und bis dann zum Abend oder Abend spät. Jetzt denkt sich der eine, Julia, das wird ja ein ewig langer Tag für eure Fotografen und da hast du absolut recht. Für mich ist es wichtig, dass ich keine Stunden abarbeite, sondern die Geschichte abarbeite. Und wenn die Geschichte halt bis spät am Abend geht, dann geht sie bis spät am Abend. Natürlich geht es bei mir nach der Hochzeit weiters, weil ich habe ja noch Bilder, die ich dann muss paratstellen, bearbeiten. Und das ist dann zwei Wochen später, wo wir uns dann treffen, meistens sogar zu einem schönen Nachtessen, wo ich dann die Arbeit präsentiere. Den ganzen Inhalt möchte ich dir in so zwei bis drei verschiedenen Formaten mitgeben. Und zwar einmal klassisch da mit mir als Solo-Folge, wo ich dir einfach all meine Erfahrungen, meine Tipps möchte mitgeben. Und auch ein bisschen über Trends möchte reden, wo die Hochzeiten sich so ein bisschen durchbewegen, was ich so ein bisschen festgestellt habe, was sich verändert hat in den letzten zehn Jahren und was wird sich vermutlich in den nächsten zehn Jahren verändern. Da haben wir dann allerdings auch noch ein sehr spannendes Interview dazu. Und genau das ist das nächste Format, nämlich das Interviewformat, wo ich mit verschiedenen Hochzeitsdienstleistern hier bei mir im Studio rede, auf was ihr achten müsst, vor was für Herausforderungen ihr könnt stehen. Also mega spannend. Und ich versuche dort, in dem Interviewformat auch ein bisschen über den Tellerrand auszuschauen. und nicht nur den einen Hochzeitstag mitzubringen, sondern so ein Heirat bringt ja auch noch ein bisschen mehr mit sich. Meistens geht es dann auch in die richtige Familie. Es sind immer Finanzen im Spiel. Das heisst, ich hatte einen Finanzplaner bei mir. Wir haben Leute aus der Versicherungsbranche. Ich habe Anwälte bei mir. Es geht natürlich auch um Eheverträge. Und ja, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Folgen, wo du vielleicht gar nicht gedacht hast, dass du das jetzt mit Hochzeitsorgen in Verbindung bringst. Und je nachdem, wo du das jetzt gerade konsumierst, hast du es jetzt schon gesehen, das ist nicht nur ein reiner Podcast, das ist ein Videopodcast. Also das Ganze kannst du auf Video schauen, kannst du auf YouTube schauen, kannst du natürlich überall Dicke hören, wo es Podcasts gibt. Und es gibt natürlich immer im Nachgang eine Zusammenfassung auf meiner Blogseite, wo man es dann kann lesen. Also Audio, lesen und schauen. So als kleiner Input, die Folgen sind nicht gesponsert von irgendjemandem, oder ich sage jetzt mal noch nicht. Vielleicht gibt es ja mal eine Kooperation, aber das Wissen kommt rein nur von mir. Ich verdiene da nichts daran. Also nutze den Inhalt. Ich bin mir ganz sicher, du wirst dir ganz viele Sachen rausziehen für deinen grossen Tag. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Schluss, möchte ich dich nicht länger auf Folter spannen und dich dann in die nächsten Folgen reinlassen. Wenn du Max zuhörst, dann noch kurz zwei, drei Worte zu mir. Ja, ich bin Robin, ich lebe mit meiner Familie hier in Luzern, in der Nähe des Sempachersees, auch dort, wo mein Studio ist. Und ich bin nicht immer Fotograf gewesen, im Herzen vielleicht schon, aber ich bin ursprünglich gelernt, einen Blossinstrumentenreparateur. Ganz ein schönes Wort und einen ganz tollen Beruf. Ja, ich habe eine Trompete, klar, nicht den Saxofunk gepflegt, das gibt es tatsächlich, oder repariert, Entschuldigung, sagt man ein bisschen schöner. Und das habe ich da in der Schweiz natürlich gemacht, aber auch in einem Charity-Projekt, den ich euch unten verlinke. Ich finde, das darf da noch schnell Platz haben, wo wir in Südamerika bei Jugendlichen instruiert haben, wie wir die Instrumente instand halten und repariert und somit auch Werkstät aufgebaut haben. Ja, nach gut zehn Jahren auf dieser Branche hat sie mir dann den Ärmel einfach endgültig reingenommen bei der Fotografie, bei dem einen kreativen Beruf, zum anderen. Ich war dann am Anfang noch kurz angestellt, in einem von den grössten Fotostudios in der Schweiz. Aber auch dort sehr schnell mal das Pensum reduzieren, weil ich einfach dort schon sehr viele Hochzeiten fotografiert habe. und bin dann vor, ich komme nachher darauf an, wenn du das jetzt los bist, also zu Lockdown-Zeiten ist immer gut zum Rechnen, komplett in die Selbstständigkeit übergerutscht und bin seitdem selbstständig. Ja, und seitdem begleite ich natürlich umso mehr Brutbärli an ihrem schönen Tag, natürlich auch durch das ganze Hochzeitsprojekt und möchte dir, wie gesagt, da auf dem Weg meine Erfahrungen mitgeben und jetzt würde ich sagen, hey, geh in die nächsten Folgen, lass die spannenden Interviews und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Bis zur nächsten Folge. Das war's für heute bei Ja, ich will den Hochzeitspodcast mit dem Robin. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann folgt mir auch gerne auf diesem Kanal, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertigung und teilt den Kanal vielleicht auch mit Kollegen, die dann nächstes heiraten. Falls du weitere Fragen hast zum Thema Hochzeiten, oder sogar das Gefühl hast, du passest da auch diesem Podcast rein, schreib mir einfach, lass mich wissen, ich würde mich mega freuen darauf und ich wünsche dir jetzt schon mega Spass bei der nächsten Folge.